So, Spieler Bob hier wollte unbedingt unserem Stamm beitreten. Mach mal bitte das Tor zu. So, ich werde die mal entfernen. Weil so geht's nicht. Es ist zwar nett, dass er uns ein Tyrannosaurus-Ei gebracht hat, aber... ...deutschland nimmt schon genügend Flüchtlinge auf. Ja, politisch unkorrekt, aber ich weiß. Der hier geht jetzt ins Wasser. Da schwebt doch der andere. Ich halte es nicht aus. Ich verstehe nicht, was das soll. Und tschüss. Wir brauchen einen Kerker. Ja. Ganz eindeutig, wir müssen ein Gefängnis bauen. Der ist untergegangen. Kommt hier einfach rein, ohne dass wir ihn hereinbitten. Ja, wahrscheinlich noch aus dem Süden oder mittleren Osten. Keine Ahnung. Für die Fische. Na gut, genau. Super. better. Vielen Dank.